Hallo Leute, und schön, dass ihr hier seid bei Bowlet Bridge mit der Mistkaver. Und Adkräfter 27. Aber ich finde ja natürlich nur im Teamstick unterwegs, dass ihr denkt, das Spiel wäre jetzt multiplayerfähig. Ne, jetzt haben wir da wieder das gleiche Problem, weißt du? Wir haben aber unbegrenzte Straßen, das heißt, wir können natürlich oben drüber bauen. Unbegrenzte Straßen, ja, wir können oben drüber, oder wir bauen eben wieder eine Klappbrücke. Ja, ohne Möglichkeit. Oh, ich dachte, das ist vielleicht schon echt. Ja, der Schiff, die macht Sachen. Weißt du eigentlich, dass es schwer ist, eine Schräge auf eine Schräge bauen? Achso. Schiff aktiviert man da schon. Hier ist von Spitze draufbauen, so. Das kann nicht so einfach. Ne, das passt nicht, gell? So. Sind die noch verbindbar? Ja. Jo. Es sollte funktionieren. So, mal so, so. Den gerade oben. Mal starten. Blop, passt. Funktioniert. Blop, passt. Funktioniert, ja. Es funktioniert immer, das weißt du doch. Ja, es funktioniert immer, dass ich trotzdem mache. Die Frage ist nur, was du vorhast. Ja, einfach nur mal ein Ding rundherum bauen. Ja, ich meine, sollen die Autos da noch ganz sein, wäre ja auch manchmal ein Erfolg, wenn die Autos kaputt sind. Ja, ich glaub, die kannst nicht. Kaputt machen die Autos, oder? Alter, bei unten kommt jetzt voll das Gewitter. Ja, ich bin nicht aber jetzt so von der Realität. Ja klar, aber die, das ist natürlich ganz anders. Manchmal ist es Erfolg, wenn jemand drüber fährt und der stürzt dann nach unten. Auf alle Fälle. Okay. Pff, nur, geht man nicht weiter in diese Richtung, denn... Es muss ja nur so halten. Miep, miep. Nein, nein, es ist halt... Ja, 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 kommt halt nicht ins Ziel an, aber... Ja, ja, ja. Es ist zu steil. Musst du am Ende noch ein bisschen nach unten gehen. Ja, man... Mit deinem Grat. Guck mich da nicht weiter runter, weil das da oben alles hängt, so. Hängt? Man muss ja... Mä, ja, vielleicht, ja, die eine Ecke. Vielleicht die, die eine Ecke da noch ein bisschen besser, und ja, es geht schonmal, so. Die geht schonmal. So, jetzt... Ja, kommt auch durch? Uuuuuh. Ja, ich dachte gerade so, kommt das Boot jetzt her. Ich hab's gerade komplett fest. Ehe das ist meine Bauwerke da vor Ort die schnell blockiert vom Fließbande mal schaust 20.000 gespart jahre so haben wir hier keine Ahnung ich dachte mir aber dass man was in jeder Runde die das letzte große Wahl aus Kohl auskommen wir haben Stahlbruch der umbegrenzten dann ist er gut sehr gut und straßen auch noch umbegrenzten ein die Jahre und ich meine Traurigbrücke können aber eine Portnacht haben wir nicht was das Kabel hat er kann seine Kabelbrücke kann er holen er hat sie auch nicht er müsste aber eigentlich nach oben er ist egal wir können hier nach oben so weit ist es nicht das was so dürfen wir nicht weil wenn wir das so machen dann können wir oben die Punkte nicht fixieren die Leute bis auseinander ich wollte nicht schicken nicht das wäre jetzt alles Geldverschwendung eigentlich wir können wir später machen so wie mitzimmern der Brücke ja irgendwie aber auch zu dem Punkt darauf dann möchte ich den Punkt bei jahren die zusammen auch noch nein ich sehe auch schief aus der Götter zum Beispiel umgekehrt dann hat er so auf den Punkt ja das gibt es nicht aus das erster verbinden und ein kassel holster das ist egal zucker ist egal auf einmal ist es wieder wählen so haben wir schon mal ordentlich punkt ja es ist ein hühnchen wieder gespawnt das sagen um ein Tick-Zack-Muster draufsetzen dann soll das ganz funktionieren ich sage ich hasse das Tick-Zack-Muster gemacht weil ich echt nicht weiß wo ich da machen muss damit das Tick-Zack-Muster auch funktioniert jetzt haben ich möchte die Schiene aber du siehst ja deine Brücken funktionieren größtenteils und mehr schon Tick-Zack-Muster nicht so einfach der Marktkopf aber es sind daran zu stellen der war die dort aus dem Pixel hast du verwenden könntest der bg er noch genug der nachsterben das sollte wohl zu schaffen sein der Mistkäfer spendiert uns ja wohl was ich denn du finanzierst das ganze seit wann da ist seitdem ich das gesagt habe da zu finanziert ja Nein. Hallo. Äh, wann krieg ich die Rechnung? Äh, nach der Runde. Ach du Scheiße. Nein, das geht sich nicht aus. Äh, wie hoch ist die circa? Sie steht da oben. 33.000 mittlerweile. Ach du Scheiße. Ach so, du warst für die Runde, aber du hast doch schon viel mehr gebaut. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Äh, deshalb darf ich auch zuschauen. Damit du weißt, wo das Geld hingeht. Die Autos, äh, da müssen ja jetzt zwei Autos drüber schäften. Wir kaufen einfach den Besitzern zwei neue Autos. Auf der anderen Seite. Was am Mast? Der eine ist sowieso noch ein Bus und ja, so toll wird das schon nicht sein. Das ist alles keine Premium-Ausstattung. Wird schon passen. Ja. Ja. Ja, wir haben auch schon mit 30.000 Dinger. Obwohl wir maximal 40.000 haben. Du brauchst jetzt schon wieder mehr. Es kommt ja noch mehr und... Es wird immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Eigentlich würde das so genügen. In der Theorie. In der Theorie, in der Praxis. Dann wieder wird so ein bisschen knapp werden. Ja, 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 ja. Uh, da sagst du jetzt nichts mehr, gell? Bist jetzt sprachlos, ja? So, ich möchte die aber nochmal spielen, weil ich möchte da... Möchte ja nicht mal... Was ist jetzt los? Nein! What the fuck? Hallo? Oh, das soll als Simulation starten. Was? Geht nix. Geht überhaupt was? Speichern. Ja, die Funktion gibt's ja noch nicht. Geht ja nicht. Kein Speicher-Slot, dann musst du wohl verlassen. Ähm, verlassen. Verlassen. Geht auch nicht. Na gut, dann machen wir mal kurz Pause hier. So, Leute, und jetzt sind wir wieder am Start. Jetzt versuchen wir noch... Oh, ich hab das Ganze jetzt gespeichert, mal schon wieviel du nachholen musst. Ähm, wo bin ich jetzt? Nein, ich wollte kein Soundtrack machen. Äh, nicht Soundtrack, Z-Box. Ach so, Soundtrack, Z-Box. Soundtrack? Ja, ich hab irgendwas nur mit Z-S gelesen. Ähm, Kampagne. Wir sind jetzt da. Mal gucken, was er jetzt will. Oh Gott, oh Gott. 14 Meter Brücke, die haben wir ja schon gemacht. Von Ewigkeiten her. Sieh, macht er das echt nicht? Nein, der Speicher hat das auf keinen Fall will. Hier war ja das, wo ich gestartet bin. Ja. Weil der Level-Complete speichern, denn du siehst ja dazwischen ist ne große Lücke. Weil da steht ja jetzt 12 von 12. Ah, da, da, da. Es ist ja da umgezweiter, schau. Ah, also. Angst gehabt. Angst gehabt. Ja, okay. Das war trotzdem nicht. Ja, die vorherige haben wir ja schon geschafft. Achso, die vorherige haben wir ja schon geschafft. Das ist schon die nächste Stück. Ich hab grad überlegt, haben wir die schon gespielt. Ähm, wo stehen denn die Autos? Achso, da rum. Jump. Jump to the other side. So, wir bauen. Achso, jumpen. A nach B und B nach A. Okay, wir haben aber nur 5 Stück. Geht's jetzt aus? Nein, gell. So, 1, 2. Welcher ist denn wir auf dem Berg? Ja, das ist ein schwerer. Beide sind gleich schwer, oder? 1, 2. Na, ich glaub der ist nicht so hoch auf dem Berg oben, schau. Der braucht ein bisschen mehr. Aber wenn du so hoch die Brücke machst... Ja, da kommt der nicht drauf, gell. Ah, dann mach mal so, warte mal. Probieren wir's erstmal so. Oder den vielleicht einfach ein bisschen steiler. Na komm. Bisschen wir testen. Dazu sind wir da. So. Und dann hier lieber ein Geraden noch hin so. Test mal einfach mal. Wir haben Kabel. Abel. 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 Ich glaub da wird eh nix anders sein, dass wir bleiben als mit dem Kabel arbeiten. Ja. Machst du auch mal zum ersten Mal dann. Ja. Mach mal einfach da ein Steher, da ein Steher und dann verbinden. Wir müssen ja nochmal... Okay, mit dem richtig verstehen, oder? Der? Verstehen? Ja. Ja. Na, es wird zu hoch. Ähm. Dann, du mal den ein bisschen schieben, das... Bisschen schieben? Bisschen schieben? Bisschen rechts? Bisschen rechts? Bisschen links? Bisschen rechts? Bisschen links? Bisschen rechts? Bisschen rechts? Bisschen links? Bisschen links, ich meine Geld ist leider leer, ich hab noch kein Geld mehr. Muss ich das jetzt verstehen, Debslas�ans schaffen? Just jetzt ist schon kein Geld, ja. Vielleicht nicht so hochbauen. Vielleicht wirklich mit den, mit den Kabeln probieren. Wie viel, wie viel trost denn so'n Kabel? Ähm, Kabel. Keine Ahnung. Ja, einfach mal so. Ich bin extrem da. 4.000. Ja, kann ja, warte mal, kann ich da? Wie du hier noch Kabel noch was verbinden? Da muss das Kabel ganz normal mit zwei Punkten connecten. Das eine Kabel hast du jetzt mit dem ganz dort hinten verbunden. Ach so, ja, stimmt. Warte mal. Dann das Kabel mal weg. Ähm, nein. Ja, alter. So. Theoretisch müsste es ja gehen, wenn ich das Kabel... So mach. Du, ich auch aus. Okay, not great, mehr Kabel. Also ich hab nur zwei zur Verfügung. Ja, passt so. Komm jetzt mal aus. Ja, das geht noch nicht. Gut. Das geht noch nicht. Dombel und nachstützen. Die da aber auch nicht sehr... Das ist immer das Komische, wenn man dort unten ran so noch was bauen soll, dann soll ich Glück auf einmal halt. Ja, das eine würde da hinkommen, das kommt nicht dahin. Ja, beides klappt nicht. Das eine springt ja auch nicht rüber. Der würde da drüber da hüpfen, der würde da drauf da hüpfen. Doch, schau mal. Bis hier hinten? Das vordere Teil, das ist ja das Problem. Das vordere Element wird null gestützt. So, jetzt vielleicht. Äh ne, die bricht ja da immer. Ach so, die bricht da hinten. Die bricht ja auch. Ah, jetzt braucht man die sieben Brücken, äh Straßenteile. Ja, sowieso schaut schon. Also die hält ja, aber die hält nicht. Ja, da ist aber eine Straße mehr dran. Vielleicht das Seil zu Near Connection? Also wird da noch weniger klappen, ne? Hurchter Seil. Vielleicht ganz oben. Ja, aber dann müsste das der höchste Punkt sein. Du kannst ja dann, du musst ja näher jetzt. Ist einfach der vorderste Punkt. Out of money. Ja, wenn du zuerst das Holz wegmachst und dann... ...versuchst. Aber Holz konntest du ja dran trotzdem noch platzieren. Ja. So, warte mal. Jetzt wollen wir den aber mal ein bisschen runterziehen, ne? Warum verschiebt der sich so komisch da? Ich will ja nicht so arg verschieben, deine scheiß Straße. Naja, so würde eigentlich auch passen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den hier irgendwie noch... Ja, wir werden es sehen. Wir glauben alle an dich. Plötzsch. Plötzsch sprichst schon wieder zusammen. Hm. Out of memory. Ey, out of memory. Out of money. So. Out of memory. Out of memory. In Minecraft meistens verkauft. Das ist halt schwierig. Weil sonst haben wir ja nichts außer die Scheiße Halle. Wie will man das echt schaffen, ey? Es ist schon... Jetzt kommt dann so die Kloberei allein. Warte, ich tue mal den Schalter weggnommen. So. Mal die mal so lücken. Du. Das Problem ist, sobald ich beide Seile benutze, bin ich schon fast am Limit von Geld. Ja, aber wenn du mit Holz versuchst, bist du ja auch. Wenn du jetzt wirklich mal so probierst, dann das Vordere wegzunehmen. Wohl wird nicht reichen. Wohl wird nicht reichen. Vom Schwung, aber... Out of money, den schaff ich nicht mehr hier zu fixieren. Ja genau der, was noch fehlt. Hm. Weil hier kann ich keinen mehr wegnehmen. Aber der stützt den. Die... Nein, nein, das ist das Maximum. Das ist das Minimale, was ich haben kann. Bei der anderen Seite könntest du versuchen, die Straße wegzunehmen. Dann würde er den Schwung nicht schaffen. Glaube ich nicht. Ja, wir können ja mal testen. Hier mal den Schwung wegmal. So, jetzt da noch Holz nachstützen. Und das Ganze vielleicht auch ein bisschen hochheben. Ja, testen wir einfach mal nur so. Ähm, ja. Na auch noch das ganz andere Problem ist, dass die beiden sich dann treffen. Stimmt. Ähm, ja, weil deine Begeisterung ist spürbar zu merken. Ähm, ja. Das ist halt natürlich... Wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Ich darf mich nicht genau da. Wenn du versuchst, beim Linken ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Ja. Ja, aber das versuche ich dann in der nächsten Folge, Leute. Da schaut wieder zu. Und da machen wir gleich weiter. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.